Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr euch bei der Lösung eurer TM-Aufgaben auch schon immer gefragt, wieso man Kräfte einfach entlang der Wirkungslinie, aber nicht einfach so parallel zur Wirkungslinie verschieben kann? Und wieso man es dann trotzdem macht? Bei der Parallelverschiebung müssen die resultierende Kraft und das resultierende Moment erhalten bleiben. Das heißt, es wird ein äquivalentes System erzeugt. Wie die Parallelverschiebung von Kräften genau funktioniert und was dabei beachtet werden muss, das zeige ich euch heute. Alright, am besten starten wir mit einem kleinen Rückblick. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das Linienflüchtigkeitsaxiom. Das ist ja so ein Grundgesetz der Statik, das besagt, dass Kräfte, die den gleichen Betrag, die gleiche Wirkungslinie und die gleiche Richtung haben, die gleiche Wirkung auf den starren Körper ausüben. Und daher können sie auch auf ihrer Wirkungslinie verschoben werden. Ja, so weit, so gut. Aber was passiert jetzt, wenn die Kraft nicht entlang der Wirkungslinie, sondern parallel verschoben werden soll? Das erkläre ich euch am besten an einem Beispiel. Und zwar an einem Einkaufswagen, der geschoben wird. Wenn Willi die Kraft entlang der Wirkungslinie verschiebt und dann den Einkaufswagen zieht und nicht schiebt, dann ist die Wirkung die gleiche. Es ist also egal, ob wir schieben oder ziehen. Aber was ist, wenn Willi nicht mehr in der Mitte festhält, sondern an der Seite, also die einwirkende Kraft parallel verschiebt? Genau, die Wirkung der Kraft auf den Einkaufswagen verändert sich. Er verschiebt sich nicht nur, sondern kann sich jetzt auch noch drehen. Eine Kraft kann also nicht einfach so parallel zu ihrer Wirkungslinie verschoben werden. Damit ein äquivalentes System entsteht, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Schauen wir uns doch diese Bedingungen einfach mal genauer an. Die Kraft F von Willi soll von Punkt A parallel in den Punkt B verschoben werden. Am Punkt B fügen wir eine Gleichgewichtsgruppe hinzu, wobei die Wirkungslinie parallel zur Wirkungslinie der Kraft F ist. Eine Gleichgewichtsgruppe besteht aus zwei Kräften, die den gleichen Betrag haben, auf der gleichen Wirkungslinie liegen und in entgegengesetzte Richtung wirken. Da sich die Kräfte einer Gleichgewichtsgruppe gegenseitig aufheben, dürfen wir sie einem Kräftesystem hinzufügen. Die Kraftwirkung bzw. die resultierende Kraft in x- und y-Richtung ändert sich dabei nicht. So, wenn wir jetzt genau hinschauen, dann erkennen wir, dass die Kraft F von Willi und die Kraft aus der Gleichgewichtsgruppe, die nach unten zeigt, ein Kräftepaar bilden. Äh, ah, ich sehe gerade, Harald fragt, was es nochmal mit diesen Kräftepaaren auf sich hat. Also, ein Kräftepaar besteht aus zwei Kräften, die den gleichen Betrag und parallele Wirkungslinien haben und die in entgegengesetzte Richtung wirken. Die Wirkung eines Kräftepaares ist eine Drehung. Das Moment eines Kräftepaars ist vom Bezugspunkt unabhängig und kann in der Wirkebene beliebig verschoben werden. Ein Kräftepaar kann also an jeden beliebigen Ort verschoben werden, ohne dass sich die Wirkung oder sein Drehmoment ändert. Die Formel zur Berechnung, die sieht so aus. Das Moment M ist gleich der Kraft F multipliziert mit dem Hebelarm H. Und der Hebelarm bei einem Kräftepaar ist der senkrechte Abstand der beiden Kraftwirkungslinien zueinander. Okay, dann mal zurück zum Shopping. Als nächstes müssen wir also das Moment des Kräftepaars einzeichnen. Das Kräftepaar bewirkt eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Die Berechnung des Moments erfolgt über die Formel Moment M ist gleich Kraft F mal Hebelarm H. Der Hebelarm entspricht der Strecke, um die die Kraft F von Willi verschoben werden soll, also den Abstand der beiden Punkte A und B. Ja, genau Jörg. Das Moment, das bei einer parallelen Verschiebung einer Kraft hinzugefügt wird, das nennt man Versetzungsmoment. Richtig. Zum Vergleich links nochmal das Ausgangssystem und rechts das System nach der Parallelverschiebung. Die resultierende Kraft ist in beiden Fällen Kraft F. Und das resultierende Moment um den Punkt B ist in beiden Fällen Kraft F mal Hebelarm H. Es handelt sich somit um zwei äquivalente Systeme. Den Einkaufswagen kann Willi also schieben, wo er will. Um weiterhin geradeaus zu schieben, muss dann aber das Versetzungsmoment zusätzlich aufgebracht werden. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wieso das Ganze? Naja, ganz einfach. Durch die Parallelverschiebung von Kräften kann ein in der Ebene liegendes allgemeines Kraftsystem, so wie hier die drei Freunde, die gerade die Möbel verrücken, auf ein zentrales Kraftsystem reduziert werden. Das kann dann die Berechnungen erleichtern. So, dann fasse ich die ganzen Facts nochmal kurz und knackig für euch zusammen. Eine Kraft darf parallel zur Wirkungslinie verschoben werden, wenn das entsprechende Versetzungsmoment hinzugefügt wird. Das Versetzungsmoment berechnet sich aus der Kraft und der Strecke, um die die Kraft verschoben wird. Juti, ich hoffe, jetzt ist alles Klärchen. Wenn nicht, dann schreibt mir einfach und schaut doch nochmal in meine anderen Videos rein. Bis die Tage. Eure Luzi.